Die Wasner Zipris S und SRL-ED ist die erste Spiegelinfrarotheizung mit integriertem LED-Licht. Erhältlich in zwei Versionen. Die Zipris S-LED mit umlaufendem Licht und Metallrahmen sowie die rahmenlose Zipris SRL-ED mit seitlichem Ambiente-Licht. Jedes Modell ist in mehreren Leistungsstufen verfügbar. Da das Ambiente-Licht separat von der Heizung steuerbar ist, agiert der Spiegel auch bei Nichtbenutzung als edler Einrichtungsgegenstand. Die Wasner Zipris ist optional mit einem Chrom- oder Titanrahmen wählbar und eignet sich durch den IPX4 Nässe-Schutz ideal zur Verwendung in Feuchträumen. Als vollwertige, aber nicht sichtbare Infrarotheizung ist sie mit ihrem ultraflachen Design die erste Wahl im privaten und gewerblichen Betrieb. Die Zipris ist 100% made in Germany. TÜV-zertifiziert mit einer Herstellergarantie von 5 Jahren. Die Wasner Zipris LED-Serie. Bestes Design mit bester Technik.